Die Finsternisphase ist vorbei, Merkur geht wieder in den Vorwärtsgang, wir haben Sommersonnenwende und einen Göttinnenneumond. Und auf der großen Bühne werden Saturn und Neptun rückläufig und beeinflussen die Weltpolitik und die Finanzlage. Wie die Konstellationen im Juni in eurem Horoskop und auf euer Sternzeichen wirken, darum geht es in diesem Video. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu diesem Beitrag mit den Tendenzen im Juni 2022. Die Timecodes, wann euer Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes und zwar unter dem Horoskopeshop. Also bitte ein bisschen nach unten scrollen. Kaum zu glauben, aber der Juni bringt schon wieder die Sommersonnenwende und damit den längsten Tag des Jahres. Und das bedeutet auch, die erste Jahreshälfte ist bald herum. Deswegen gibt es jetzt einen Sonnenwendrabatt. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate und euer kommendes Geburtstagshoroskop für euch bereithalten, dann könnt ihr jetzt eure individuelle Jahresvorschau als PDF mit 30% Sonnenwendrabatt erhalten. Die Aktion ist gültig bis zur Sonnenwende am 21. Juni. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut in der Videobeschreibung. Und hier ist die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im Mai. Das Geburtshoroskop gewonnen hat Dora, Fische Aszendent Skorpion. Vielen Dank für dein tolles Feedback. Bitte melde dich bei uns unter service-at-antonialangstorff.com, damit wir dir deinen Gewinn zumailen können. Und es gibt auch im Juni wieder eine Verlosung. Die heißen Liebeskonstellationen mit Venus und Uranus halten an. Deshalb verlose ich unter allen, die meinen Kanal abonniert haben, ein Partnerhoroskop. Dann könnt ihr schauen, wie ihr mit eurem Flirt oder eurem bestehenden Partner zusammenpasst. Wie das mit der Verlosung funktioniert, das wissen natürlich alle, die bereits meine treuen Abonnenten sind. Aber mehr Infos findet ihr auch am Ende dieses Videos im Service-Teil. Die Konstellationen im Juni versprechen im Privatleben mehr Leichtigkeit, Party und Spaß mit Leuten. Das ist ja eigentlich immer so in der Zwillinge-Saison, aber diesmal haben wir besonderen Grund zur Freude. Erstens, weil der Merkur am 3. Juni wieder direktläufig ist und zweitens, weil die doch sehr intensive Phase mit den Finsternissen nun erstmal überstanden ist. Ende Oktober und im November haben wir nochmal zwei Finsternisse. Alle Infos dazu findet ihr in meinem Jahrbuch und das spreche ich dann natürlich auch in den Videos an. Jetzt im Juni wird wahrscheinlich privat viel gefeiert und wir genießen die Sommersaison. Auf der Weltbühne sind allerdings wieder umwälzende Entwicklungen im Gange. Das zeigen die beiden kosmischen Schwergewichte Saturn und Neptun, die rückläufig werden. Saturns Rückläufigkeit beginnt am 4. Juni und in den vier Tagen davor und danach entfaltet er besondere Kräfte. Das heißt für uns, dass wir bei wichtigen Entscheidungen sehr sorgfältig vorgehen und nicht aus einer Laune heraus Dinge tun sollten, die langfristige Folgen haben. Ich hoffe, das nehmen sich auch die Politiker zu Herzen, denn zeitgleich lassen Kampfplanet Mars und der mächtige Jupiter hier gemeinsam im Widder die Muskeln spielen. Das ist eine politisch heikle Phase, die sich bis zum Vollmond fortsetzt, wenn Mars auf Chiron, den verwundeten Heiler, trifft. Wir werden sehen, ob dann eine Heilung stattfinden kann oder ob diese Konstellation eine erneute große Verletzung anzeigt. Glücklicherweise steht die Venus im Stier, wo sie ihre verbindlichen Kräfte gut entfalten kann. Wobei das wohl auf sehr unerwartete und überraschende Weise geschehen wird. Denn die Liebesgöttin trifft sich am 12. Juni mit Revoluzza Uranus und entsprechend außergewöhnlich sind die Verbindungen, die sie eingehen wird. Für unser Liebesleben dürfen wir mit extrem prickelnden Energien rechnen. In den Tagen darauf trifft die Venus dann auch auf Schicksalsanzeiger Mondknoten. Das heißt, wir können unseren Seelenpartner treffen, uns plötzlich verlieben und ganz generell schicksalhafte Begegnungen erleben, die zugleich etwas Heftiges und Überraschendes haben. Doch manche aufflammende Verliebtheit wird sich wohl auch als Strohfeuer erweisen und dann folgt der Liebeskummer. Denn im Anschluss an diese Konstellation setzt uns Saturn unter Druck und prüft die neuen Allianzen, ob sie überhaupt etwas taugen. Das gleiche gilt übrigens für gewagte Finanzpartnerschaften und Spekulationen. Verstärkt wird die volatile Stimmung, in der sich Dinge schnell verändern, durch den Vollmond im Schützen am 14. Juni. Der steht in Spannung zu Neptun und weckt die Fantasie und die Lust an der spirituellen Arbeit, kann aber auch den klaren Durchblick vernebeln. Und Neptuns Einfluss wird in der zweiten Monatshälfte zunehmend stärker, weil er am 28. Juni rückläufig wird. Für diejenigen, die spirituell arbeiten, ist das eine schöne Zeit, denn Neptuns Einfluss verstärkt die Wahrnehmung feinstofflicher Energien und geistiger Energien. Für geschäftliche Entscheidungen gilt, dass man sehr genau prüfen muss, was man tut, denn unter Neptun erkennt man nicht immer so leicht, was Sache ist. Zum Ausgleich hilft aber Saturn. Das bedeutet, wenn man sorgfältig vorgeht, sich Zeit nimmt und bei Entscheidungen den Realitätscheck nicht vergisst, kann man die neptunischen Nebel durchdringen und trotzdem gute Entscheidungen treffen. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht dann in den Krebs. Das Horoskop der Sonnenwende ist immer wichtig, denn es prägt die kommende Saison von drei Monaten bis zur Herbsttag- und Nachtgleiche am 23. September. Und genau zur Sonnenwende bildet die Venus im Stier einen mächtigen Aspekt zu Pluto im Steinbock. Im Privatleben stärkt das solide und bestehende Beziehungen, die auf Vertrauen beruhen und in denen man gemeinsam etwas aufgebaut hat. Politisch könnte die Konstellation Verhandlungen unterstützen und es können sich neue, starke Allianzen formen, die Schutz und Stabilität bieten. Wenn ihr mehr über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen erfahren möchtet, solltet ihr euch bei meinen beiden Kollegen Christoph Niederwieser und Ray Merriman informieren. Die beiden Top-Astrologen sind absolute Experten dafür, wie sich die Konstellationen im Weltgeschehen und für die Finanzlage auswirken. Christoph und Ray kennen viele von euch auch schon. Ich habe sie euch in Video-Interviews auf meinem YouTube-Kanal schon vorgestellt. Beide verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ray gibt außerdem einen kostenlosen wöchentlichen Newsletter heraus, der auch auf Deutsch übersetzt wird. Den solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Konstellationen im Juni. Und da schwebt am 23. die Venus ins Luftzeichen Zwillinge, wo der Merkur schon seit dem 13. Juni auf sie wartet. Das sind immer schöne Zeiten mit Venus und Merkur in den Zwillingen. Kontakte knüpfen fällt leicht, man hat Spaß mit Kolleginnen und Kollegen und auch das Flirten und Anwandeln geht fast wie von selbst. Falls ihr im Urlaub seid, habt ihr dann auch Freude daran, fremde Sprachen auszuprobieren und euch von einer anderen Kultur inspirieren zu lassen. Gegen Ende des Monats formen Venus und Jupiter außerdem einen fabelhaften Finanzaspekt. Der ist in vieler Hinsicht günstig. Natürlich beruflich, um was dazu zu verdienen oder nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Oder auch im Urlaub, um ein besonders schönes Urlaubsschnäppchen zu ergattern. Vielleicht gibt es auch Zuwendungen für diejenigen, die finanzielle Hilfe brauchen. Jedenfalls ist das ein großzügiger Finanzaspekt, von dem wir vermutlich alle etwas haben werden. Am 29. Juni ist Neumond im Krebs und das ist ein Göttinnen-Neumond. Denn die Sonne, die Mondin und Lilith verbinden sich zu einer ganz engen Konjunktion. Diese Konstellation ist sehr inspirierend für alle, die spirituell und mit Ritualen arbeiten. Und weil die Neumond-Konstellation im Familienzeichen Krebs stattfindet, wird es wohl häufig um den familiären Zusammenhalt gehen. Wobei Lilith auf ungewöhnliche oder einfach andere Familienformen verweist. Zum Beispiel gleichgeschlechtliche Eltern, alleinerziehende Mütter, Großeltern, die ihre Enkel großziehen, WGs, Patchwork-Familien und natürlich auch die tapferen Frauen aus der Ukraine, die sich mit ihren Familien im Ausland durchschlagen. Außerdem erwarte ich auch, dass diese skandalöse Eingabe im amerikanischen Supreme Court, die das Recht der Frauen auf Abtreibung kippen könnte, angegriffen wird. Wir haben praktisch den ganzen Juni über einen Stressaspekt zwischen Jupiter, der für die Männer und die Gerichtsbarkeit steht, und Lilith im Krebs, die das Recht der Frauen auf ihre eigene Familienplanung repräsentiert. Und dieser Aspekt wird dann vom Neumond eben nochmal verstärkt. Das seht ihr an dieser roten Linie hier. Von dem Streit um das Recht auf Abtreibung werden wir wahrscheinlich noch viel hören. Die Neumondin im Verbund mit Lilith wird hoffentlich die Rechte der Frauen stärken, beziehungsweise die Diskussion darum anregen. Darüber sprechen wir aber auch noch in den nächsten Livestreams. Mehr zu meinen Terminen, Neuigkeiten und Produkten erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil. Das waren meine Gedanken zu den Tendenzen im Juni. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich die Konstellationen für die einzelnen Sternzeichen auswirken. Denkt bitte auch dran, euch das Zeichen eures Aszendenten anzusehen und zieht euch aus beidem die für euch passenden Infos. Für genauere Deutungen muss man sich dann das persönliche Geburtshoroskop und die Transite zu allen anderen Planeten anschauen. Dafür gibt es ja meine PDF-Horoskope. Jetzt kann es losgehen mit den 12 Sternzeichen und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Der Mars befindet sich jetzt für sechs Wochen in eurem Zeichen und stärkt euch gemeinsam mit Glücksbringer Jupiter den Rücken. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp zu meiner aktuellen Rabattaktion. Es geht auf die Sonnenwende zu und dann ist die erste Jahreshälfte auch schon bald herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate und euer kommendes Geburtstagshoroskop für euch bereithalten, könnt ihr jetzt eure individuelle Jahresvorschau als PDF mit 30% Sonnenwendrabatt erhalten. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut unten in der Videobeschreibung. Im Juni habt ihr beruflich einen guten Lauf. Selbstständige können neue Schwerpunkte setzen und Mitbewerber übertrumpfen. Wenn ihr festangestellt seid, könnt ihr coole neue Projekte für euch ergattern, mit denen die Arbeit mehr Spaß macht, sogar verbunden mit der Chance auf mehr Erfolg und bessere Bezahlung. Wenn ihr bisher arbeitssuchend wart, werdet ihr jetzt fündig. Ihr müsst allerdings auch beherzt und proaktiv auf eure Chancen zugehen. Dann könnt ihr das Füllhorn von Jupiter ausschöpfen. Um darüber nachzudenken, was ihr alles vorhabt, könnt ihr den Neumond vom 30. Mai nutzen. Und ab dem 3. Juni ist ja dann auch der Merkur wieder direktläufig und ihr könnt durchstarten. Bis zum 20. Juni hält der schöne kosmische Rückenwind an. Finanziell habt ihr rund um die Monatsmitte Chancen, einen plötzlichen Gewinn zu machen oder eine heiße Spekulation zu wagen. Ist allerdings nicht ganz unriskant. Das solltet ihr nur machen, wenn ihr wisst, was ihr tut. Ihr könnt aber auch einfach mal euer Lottoglück ausprobieren. Für die Liebe ist Jupiter in eurem Zeichen sehr günstig, denn dadurch habt ihr eine optimistische Ausstrahlung und die Menschen suchen eure Nähe. Mars im Widder macht euch außerdem mutig, wenn es darum geht, auf das Objekt eurer Begierde zuzugehen. Wenn ihr frei und ungebunden seid, könnt ihr deshalb erfolgreich flirten. In euren festen Beziehungen oder im Privatleben kann es jedoch zu Spannungen kommen, besonders für die Geborenen der ersten Dekade. Vermutlich deshalb, weil ihr beruflich an erfolgversprechenden Projekten arbeitet und nicht die Geduld und die Ruhe habt, auf die Bedürfnisse eurer Lieben einzugehen. Besonders Töchter, Partnerinnen und Mitbewohnerinnen sind nicht begeistert davon, wenn sie sich eurem Rhythmus anpassen sollen, damit ihr ungestört an eurem Erfolg werkeln könnt. Da solltet ihr euch ein bisschen Mühe geben. Wenn ihr Pflichten im Haushalt habt, muss geklärt werden, wer die übernehmen kann, wenn ihr dazu keine Zeit habt und wann ihr dann euren Anteil leistet. Es ist wichtig, dass ihr euch gut absprecht und auch ein bisschen Empathie für die anderen aufbringt, sonst gibt's Krach zu Vollmond. Da verbindet sich nämlich Kampfplanet Mars in eurem Zeichen mit Chiron, dem verwundeten Heiler. Und das ist dann am 14. Juni. Diese Konstellation kann leider schon einen verletzenden Konflikt anzeigen, wenn ihr nicht aufpasst. Ansonsten steht die Vollmond-Konstellation aber günstig zu euch in den Zeichen Zwillinge und Schütze. Deswegen seid ihr vielleicht in der Zeit lieber mit euren Kumpels, eurer Clique oder Bekannten unterwegs als mit Familienmitgliedern. Und vielleicht können ja gute Freunde auch beim Schlichten eines Konflikts helfen. In der Woche nach Vollmond hilft euch Merkur dabei, gute Gespräche zu führen, sowohl bei beruflichen Verhandlungen als auch im privaten Bereich. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Sie aktiviert bei euch für die nächsten vier Wochen den privaten und familiären Bereich des Horoskops, wo auch schon Lilith steht. Das bedeutet, Familienmitglieder oder Mitbewohnerinnen verlangen nach Aufmerksamkeit und möchten, dass ihre Wünsche berücksichtigt werden, auch bei der Urlaubsplanung. Glücklicherweise geht die Venus am 23. Juni in die Zwillinge und unterstützt euch für den Rest des Monats dabei, charmant und liebevoll zu kommunizieren. Damit könnt ihr gut flirten und euch wieder einigen, falls der Haussegen schief hängt. Außerdem verspricht die Zeit bis Ende Juni auch finanzielles Glück. Am 29. Juni haben wir Neumond im Krebs in Verbindung mit Lilith. Das ist eine große Chance, im Familienleben oder auch in eurer Wohnsituation eine Wende herbeizuführen. Dank der schönen Venus-Aspekte kann dieser Neumond euch auch eine neue Liebe bescheren. Die Geborenen der dritten Dekade müssen zum Monatsende mit einer beruflich angespannten Situation rechnen und sollten sich nicht auf einen Machtkampf einlassen. Ab dem 5. Juli entspannt sich die Lage wieder. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es wie immer für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Ich hoffe, ihr hattet trotz der Finsternisse einen schönen Mai. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es für viele Stiere wirklich hoch herging, aber durchaus auch mit glücklichem Ausgang. Gleich schauen wir uns den Juni an. Vorher habe ich noch einen Tipp zu meiner aktuellen Rabattaktion. Es geht auf die Sonnenwende zu und dann ist die erste Jahreshälfte schon bald herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate und euer aktuelles Geburtstagshoroskop für euch bereithalten, könnt ihr eure individuelle Jahresvorschau jetzt als PDF mit 30 Prozent Sonnenwendrabatt erhalten. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut in der Videobeschreibung. Gut möglich, dass ihr euch Anfang Juni erschöpft fühlt und Lust habt, die Füße hochzulegen, Urlaub zu machen und euch auszuruhen. Zumindest solltet ihr öfter mal eine Pause einlegen. Das wird aber vielleicht gar nicht so einfach, denn in eurem sozialen Leben ist ganz viel los. Die Venus befindet sich bis zum 22. Juni im Stier und beglückt euch mit wunderschönen Liebestendenzen. Ihr seid beliebt und erhaltet wahrscheinlich viele Einladungen für Geburtstagspartys und Sommeraktivitäten. Für Singles sind weiterhin die Chancen, sich zu verlieben, sehr groß. Ihr steht häufig im Mittelpunkt und es können sich außergewöhnliche neue Verbindungen ergeben, die ihr euch nie erträumt hättet. Durch die Liebe könnt ihr euch auch selbst neu erleben und erfinden. Vielleicht wollt ihr nun auch euren Typ verändern durch ein neues Styling, neuen Haarschnitt oder weil ihr vor lauter Uranus-Energie Gewicht verloren habt. Jedenfalls finden euch alle wahnsinnig interessant. Und so habt ihr einen richtigen Höhenflug bis zum Vollmond im Schützen am 14. Juni. Dieser Vollmond aktiviert Themen rund um eure verbindlichen Partnerschaften, außerdem auch euer Selbstwertgefühl. Und danach, vom 17. bis zum 21. Juni, kommt leider ein Aspekt der Ernüchterung und auch des Liebeskummers. Dann trifft nämlich die Venus auf den strengen Saturn und der überprüft erstmal, ob eure alten und neuen Beziehungen etwas taugen. Weil ihr stark von Uranus, dem großen Veränderer, beeinflusst seid, könntet ihr dazu neigen, eure bewährten Beziehungen und alten Freunde langweilig zu finden. Deswegen wäre mein Tipp für diesen Monat, genießt die neuen Möglichkeiten, aber geht auch achtsam und liebevoll mit euren bestehenden Partnerschaften und Freundschaften um. Beruflich lässt sich der Monat zunächst etwas langsamer an. Falls ihr in der ersten Monatshälfte Urlaub habt, verpasst ihr nicht viel. Und wenn ihr arbeitet, braucht ihr euch nicht abzurackern. Ab der Monatsmitte unterstützen euch die Planeten bei euren geschäftlichen Belangen. Bei Verhandlungen fallen euch gute Argumente ein und neben Sachverstand bringt ihr auch diplomatisches Geschick mit. Etwa vom 12. bis zum 19. Juni habt ihr einen guten Spekulations- und Lottoaspekt, der überraschende Gewinne oder unerwartete Finanzpartnerschaften verspricht. Guckt euch das alles aber trotzdem ganz genau an. Ein ungewöhnliches neues Angebot wird nämlich in der Zeit vom 16. bis 20. Juni nochmal geprüft. Und erst danach werdet ihr sehen, ob es wirklich etwas taugt. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Sie steht dann für die nächsten vier Wochen inspirierend für euch und aktiviert auch die provokante Lilith. Beide regen euch gedanklich an, neue Wege zu gehen. Gesellschaftliche und politische Themen scheinen dann wichtig zu werden und beeinflussen vielleicht auch eure beruflichen Entscheidungen. Am 23. Juni verlässt die Venus euer Zeichen und geht in die Zwillinge. Ihr habt dann bis Anfang Juli eine ausgesprochen gute Finanzphase. Möglich auch, dass von versteckter oder unerwarteter Seite finanzielle Unterstützung kommt, wenn ihr sie gerade am nötigsten braucht. In diese günstige Zeit fällt auch der Neumond am 29. Juni im Krebs. Dieser Göttinnen-Neumond mit Sonne, Mond und Lilith ist sehr inspirierend für euch, um ein schönes Neumond-Ritual abzuhalten. Wahrscheinlich wird es dabei um alte und neue Beziehungen gehen, aber auch beruflich kann sich eine Neuausrichtung ergeben. Lilith lenkt den Fokus darauf, ob ihr voll und ganz hinter eurem Job oder euren Produkten stehen könnt und das gibt euch zu denken. Wenn es da was zu verändern gibt, könnt ihr die Kräfte des Neumondes darauf lenken, in eurem Job authentischer zu werden. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit den Texten zu diesem Video gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Freut euch auf eine gute Vitalphase und einen aktiven Freundeskreis. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Gönnt euch doch eine persönliche Jahresvorschau zum Geburtstag. Darin wird nämlich auch euer Geburtstagshoroskop ausführlich gedeutet und die gibt es jetzt mit 30% Sonnenwendrabatt. Könnt ihr euch auch als Geschenk wünschen. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im Juni-Horoskop zeigen sich ideale Konstellationen, um mit guten Freunden aktiv etwas zu unternehmen. Ihr könnt euch zum Beispiel zum Sport oder Wandern oder gemeinsamen Radfahrten verabreden. Wenn ihr eine schöne Sommerparty zu eurem Geburtstag feiert, wird das bestimmt ein voller Erfolg. Die Sterne stehen auch gut, um gemeinsam mit Freunden oder Gleichgesinnten tätige Hilfe zu leisten. Zum Beispiel, wenn ihr euch gesellschaftlich oder politisch engagiert. Und das wiederum stärkt die Gemeinschaft der Helfenden. Falls ihr jedoch mit jemandem aus dem Freundeskreis Krach hattet, solltet ihr euch im Juni darum kümmern, das Problem zu lösen und wieder ins Gespräch zu kommen. Und das kann eben auch über eine gemeinsame Aktivität geschehen, bei der ihr erkennt, wie viel ihr zusammen bewirken könnt, wenn ihr die Unstimmigkeit beilegt. In der Liebe ist die erste Monatshälfte etwas ruhiger. Das gilt jetzt besonders für die Zwillinge-Aszendenten. Gefühlsangelegenheiten spielen sich wahrscheinlich eher auf der inneren Ebene ab. Und da wiederum kann es gut sein, dass sie euch gar keine Ruhe lassen. Besonders, wenn ihr in letzter Zeit schlechter schlaft, kreisen womöglich auch noch Gedanken um die Liebe in eurem Kopf herum. Dann wäre mein Tipp, aufstehen und alles aufschreiben, was euch bewegt, um den Kopf leer zu kriegen und damit ihr hinterher wieder weiterschlafen könnt. Beruflich hat der Monat einiges zu bieten, falls ihr nicht gerade im Urlaub seid. Am 30. Mai haben wir ja den Neumond in den Zwillingen, der für euch sehr wichtig ist, um persönliche neue Vorhaben zu starten. Und am 3. Juni wird der Merkur wieder direktläufig. Das heißt, grünes Licht für alle Unternehmungen. Beruflich sollte es gut laufen. Nur finanziell ist in der ersten Monatshälfte etwas Vorsicht geboten. Lasst euch nicht von anderen in eure Finanzpläne und Entscheidungen hineinreden oder zu Investitionen überreden. Möglich auch, dass sich eine Freundin in Schwierigkeiten gebracht hat und euch um Geld bittet. Dann solltet ihr überlegen, ob ihr der Person den Betrag gegebenenfalls auch schenken würdet, denn es ist nicht sicher, ob sie es euch auf die Schnelle zurückzahlen kann. Am 14. Juni ist Vollmond im Schützen und der aktiviert eure Beziehungen und Begegnungen. Nun werdet ihr in der Liebe wieder aktiver und flirtet auch erfolgreich. Lasst euch aber bei neuen Liebeserlebnissen ruhig ein bisschen Zeit, die Person näher kennen zu lernen. Während der Vollmondphase geht Merkur im Vorwärtsgang wieder in die Zwillinge und dann habt ihr ein berufliches Highlight bis zum 4. Juli. Ihr erfasst dann mega schnell, worauf es ankommt. Das ist nützlich in allen Lebensbereichen, aber vor allem im Job, finanziell und überall dort, wo es um Verhandlungen geht. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und damit verlässt die Sonne euer Zeichen und geht in den Krebs. Da steht auch Lilith und beide regen euch an, über euer Selbstwertgefühl und über euren Kontostand nachzudenken und inwieweit beides miteinander zusammenhängt. Am 23. Juni geht die Venus in euer Zeichen und dann habt ihr bis zum 10. Juli ein Liebeshighlight. Ihr versprüht Charme, steht häufig im Mittelpunkt und jeder möchte mit euch zu tun haben. Das ist natürlich auch toll für Solo-Zwillinge zum Flirten. Zusammen mit Merkur bringt Venus außerdem eine schöne Zeit für Aktivitäten in der Familie und gute Gespräche. Und auch finanziell dürfte es in der letzten Juni-Woche gut laufen. Am 29. Juni haben wir den Neumond im Krebs in direkter Verbindung mit Lilith. Und da geht es um Werte, Besitz und euer Selbstwertgefühl. Zu Neumond würde sich ein schönes Ritual für inneren und äußeren Reichtum anbieten. Denn wenn ihr euch innerlich reich und wertvoll fühlt, habt ihr es auch leichter, Geld in euer Leben zu ziehen. Lilith erinnert euch außerdem daran, dass es auch glücklich machen kann, Geld in was Kreatives oder ein Hilfsprojekt zu investieren, ohne auf die Rendite zu achten. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Die Texte zu diesem Video gibt es als Dossier für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch eine tolle Geburtstagsparty und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Ihr startet mit einem Liebeshighlight in den Monat. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Wünscht euch doch eine persönliche Jahresvorschau mit eurem Solarhoroskop zum Geburtstag. Darin erfahrt ihr alles über euer Geburtstagshoroskop und die Tendenzen eures neuen Lebensjahres. Oder schenkt euch selbst eins, denn das gibt es jetzt mit 30% Sonnenwend-Rabatt. Mehr Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Eure Sterne für den Juni sehen gut aus. Die Venus sendet euch vom 28. Mai bis 22. Juni wunderschöne Liebesimpulse. Für Singles ist das eine tolle Zeit, um sich zu verlieben. Wahrscheinlich seid ihr von Verehrern umschwärmt. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, müsst ihr darauf achten, dass ihr bei gesellschaftlichen Ereignissen und Einladungen euren Herzensmenschen mit einbindet. Denkt dran, geteilte Freude ist doppelte Freude. Für die Krebsgeborenen der ersten Dekade, die jetzt Lilith im Krebs auf der Sonne haben, gelten in der Liebe gewissermaßen Sonderkonditionen. Ihr seid möglicherweise stark mit euch selbst beschäftigt und auch kompromissloser als sonst. Die meisten Krebse würden ja aus Liebe so ziemlich alles tun. Aber Lilith erinnert euch daran, eure Eigenständigkeit zu erhalten und euch nicht zu sehr zu verbiegen, aus Angst, jemandem nicht zu gefallen oder gar jemanden zu verlieren. Und das Verrückte an der Sache ist, dass ihr dadurch auf andere wahrscheinlich noch attraktiver wirkt und auch unberechenbarer, weil ihr eben mehr euren eigenen inneren Impulsen folgt, anstatt es immer allen recht machen zu wollen. Das gilt auch, wenn die Lilith gerade auf eurer Venus oder eurem Mond steht. Das müsste man aber anhand eures individuellen Geburtshoroskops klären. Insgesamt kann man sagen, dass es in der Liebe für alle Krebse ein ergiebiger und spannender Monat wird. Auch Freundschaften sind großgeschrieben und es kann sehr gut sein, dass sich eure Freunde zu eurem Geburtstag eine Überraschung einfallen lassen. Beruflich ist auch einiges los, denn der mächtige Jupiter und der überaktive Mars im Widder befinden sich bei euch im Karrierebereich. Wenn ihr also nicht gerade in Urlaub fahrt, könnt ihr sehr erfolgreich sein. Allerdings ist das auch mit Anstrengungen verbunden. Zusätzlich beschäftigen euch Überlegungen, ob ihr wirklich hinter dem stehen könnt, was ihr beruflich macht. Möglich ist auch, dass man euch im Vorbeigehen größere Aufgaben aufs Auge drückt oder auch, dass ihr Schwierigkeiten habt, freie Tage für einen Urlaub zu bekommen. In dem Fall seid ihr eher als sonst bereit, euch durchzusetzen und riskiert dafür gegebenenfalls sogar Unstimmigkeiten mit euren Vorgesetzten. Der Vollmond im Schützen am 14. Juni aktiviert eure Heileachse und kann euch bewusst machen, wie wichtig eure freie Zeit für eure Regeneration ist. Deshalb überlegt euch gut, wo und wie ihr euch beruflich einsetzen wollt. Wenn ihr voll dahinter steht, habt ihr auch die nötige Kraft dafür. Doch wenn ihr spürt, dass berufliche Entscheidungen zulasten eurer ethischen Grundsätze gehen oder euch gesundheitlich angreifen, dürft ihr kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr eurem seelischen und körperlichen Wohlbefinden Priorität gibt. Positiv ist, dass ihr gute Allianzen und Unterstützer habt, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihr findet im Team bestimmt jemanden, der euch helfen kann oder mit dem ihr Urlaubstage tauschen könnt. Am 21. Juni, und das ist jetzt sehr wichtig für euch, um genau 11.13 Uhr geht die Sonne in euer Zeichen in den Krebs und es ist Sommersonnenwende. Und dann könnt ihr euch auf eine vitale und kraftvolle Phase von mindestens vier Wochen freuen. Am 23. Juni geht die Venus in die Zwillinge und zieht sich dann für euch ein bisschen zurück. Das heißt, die Liebe spielt sich dann mehr auf einer inneren Ebene ab oder ihr bekommt Lust, euch mit euren Liebsten zurückzuziehen oder in Urlaub zu fahren und ein bisschen Ruhe zu haben. Euren Geburtstag wollt ihr vielleicht lieber im kleinen Kreis feiern oder euch ganz auf spirituelle und innerliche Themen konzentrieren. In den letzten zehn Tagen des Monats wird die wilde Lilith im Krebs durch die Sonne aktiviert. Viele von euch werden dann verstärkt über ihre authentische und eigenständige Seite nachdenken und inwieweit sie auch etwas für sich selbst tun wollen, statt es anderen recht zu machen. Und genau darüber könnt ihr zu Neumond im Krebs am 29. Juni meditieren. Für euch ist das der wichtigste Neumond im ganzen Jahr und es geht darum, euch mit eurer wilden inneren Natur zu verbinden und zu schauen, inwieweit sie in eurem Leben zu ihrem Recht kommt. Das liegt nämlich daran, dass sich die Neumondin mit Lilith verbindet. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Auch wenn bald die Urlaubssaison losgeht, für euch sieht es nach wichtigen beruflichen Entscheidungen aus. Und auch in der Liebe ist einiges los. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch noch auf meine neueste Rabattaktion aufmerksam machen. Euer Geburtstag ist ja nicht mehr fern, da lohnt sich ein Solarhoroskop, also der Blick in eure Geburtstagskonstellation 2022, mit den Tendenzen für die nächsten zwölf Monate. All das findet ihr in der persönlichen Jahresvorschau und die gibt es jetzt mit 30% Sonnenwind-Rabatt. Für mehr Infos klickt hier auf die Infokarte oder schaut unten in die Videobeschreibung. Im Juni geht es für euch beruflich voran, vor allem, wenn Angelegenheiten aufgrund Merkurs Rückläufigkeit ins Stocken geraten waren. Der Neumond am 30. Mai in den Zwillingen steht für euch sehr günstig und am 3. Juni wird Merkur wieder direktläufig. Das bringt dann die Chance, eventuelle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Ihr erhaltet erfreuliche Unterstützung aus eurem beruflichen Netzwerk und Teamarbeit steht unter guten Sternen. Einen kräftigen Rückenwind bekommt ihr außerdem von Mars und Jupiter, die für euch sehr günstig im Wetter stehen. Das könnt ihr beruflich nutzen, aber die Konstellationen wecken auch eure Lust auf Reisen, Urlaub und Abenteuer. Wahrscheinlich plant ihr einen aktiven, abenteuerlichen und sportlichen Urlaub. Auch für die Gesundheit sieht es gut aus. Ihr habt den ganzen Juni über eine starke Phase, in der ihr euch trotz aller Herausforderungen in Bestform fühlt. Weil auch euer Freundschaftshaus gut besetzt ist, solltet ihr auf jeden Fall im Juni etwas Lustiges mit der Clique unternehmen. Und wenn ihr von euren Freundinnen und Freunden aus dem Zeichen Zwillinge eingeladen werdet, geht unbedingt hin. Feiern und Spaß sind groß geschrieben. In der Liebe kann es bei euch hoch hergehen. Liebesgöttin Venus im Stier steht äußerst verführerisch, bildet aber gemeinsam mit Revoluzza Uranus Spannungen zur Löwesonne. Das heißt, die Liebe ist aufregend, gleichzeitig müsst ihr achtsam mit euren bestehenden Beziehungen umgehen. Heikel ist die Phase vom 9. bis 17. Juni, in die auch der Vollmond vom 14. Juni fällt. Denn in dieser Zeit könnt ihr zum einen faszinierende Begegnungen erleben, aber auch die Trennungsgefahr ist erhöht. Wenn ihr liiert seid und es in eurer Beziehung bereits kriselt und ihr dann jemand Neues kennenlernt, kann das eurer Partnerschaft den Rest geben. Für Singles gilt, wenn ihr einen neuen Flirt anfangt, kann das schicksalhaft sein, aber einige Komplikationen für euer Leben mit sich bringen. Auch Flirts im beruflichen Bereich solltet ihr mit äußerster Vorsicht Hand haben, weil sie unerwartete langfristige Konsequenzen haben können. Deshalb, wenn sich in der Liebe neue und aufregende Entwicklungen ergeben, wendet am besten die 90-Tage-Regel an. Drei Monate abwarten, ehe ihr partnerschaftliche Entscheidungen kräft, die Auswirkungen auf euer Leben haben. Und scheut euch auch nicht, eine verzwickte Situation mit jemand Vertrauten zu besprechen. Eure Freunde sind für euch da, wenn ihr sie braucht. Der Vollmond selbst am 14. Juni im Schützen steht günstig, um Leute zu treffen und Spaß zu haben, solange ihr Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmt. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht dann in den Krebs. Für spirituelle Löwen ist das wunderbar, um sich mit den Kräften des Kosmos zu verbinden und ein schönes Sonnenwendritual abzuhalten. Die Sonne trifft sich dann mit Lilith, die euch als innere Schamanin stark inspirieren kann, wenn ihr sie ruft und zum Beispiel auf eure Träume achtet. Am 23. Juni wechselt die Venus in die Zwillinge und schenkt euch dann für drei Wochen freundschaftliche und liebevolle Impulse. Die Zeit bis Ende Juni ist wunderbar und unkompliziert, um neue Leute kennenzulernen. Da kann auch eine Urlaubsliebe dabei sein. Und falls es vorher Beziehungskonflikte gegeben hat, lassen sich nun die Wogen wieder glätten. Am 29. Juni ist Neumond im Krebs, dann treffen sich Sonne, Mondin und Lilith im spirituellen Bereich eures Horoskops. Das ist ein großartiger Neumond für ein Ritual und um Inspirationen aus der geistigen Welt zu empfangen. Auch eine Wunschmeditation zur Heilung gesundheitlicher oder seelischer Themen ist dann sehr wirkungsvoll. Achtet in dem darauffolgenden Mondzyklus auch verstärkt auf Botschaften durch Träume, die zu euch kommen. Ihr könnt Eingebungen erhalten, die euch auch beruflich weiterbringen. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Ihr startet mit einem Liebeshighlight in den Monat. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp zu meiner aktuellen Rabattaktion. Es geht auf die Sonnenwende zu und dann ist die erste Jahreshälfte schon fast herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate und euer kommendes Geburtstagshoroskop für euch bereithalten, könnt ihr jetzt eure individuelle Jahresvorschau als PDF mit 30% Sonnenwendrabatt erhalten. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut in der Videobeschreibung. Im Juni meinen es die Sterne größtenteils gut mit euch. Besonders angenehm für euch ist die Venus im Stier. Und sofern nicht andere Aspekte in eurem persönlichen Horoskop dagegen sprechen, habt ihr bis zum 22. Juni großartige Chancen in der Liebe. Singles auf der Suche können fündig werden. Ihr könnt der Liebe auf Reisen oder im beruflichen Zusammenhang begegnen, beispielsweise bei einer Fortbildung. Gut möglich ist auch, dass es zwischen euch und einer Lehrerin oder einem Kursleiter funkt. Aber auch Internet-Dating steht unter guten Sternen. Für Festliierte ist die Zeit günstig, um auf Reisen interessante neue Leute kennenzulernen und den gemeinsamen Freundeskreis zu erweitern. Auch beruflich könnt ihr gut vorankommen, wenn ihr im Juni nicht gerade Urlaub nehmt. Der Neumond in den Zwillingen am 30. Mai schiebt eure Karriere an und ab dem 3. Juni ist dann auch der Merkur wieder direktläufig und bewegt sich ebenfalls im Karrierebereich eures Horoskops. Die Jungfraugeborenen der dritten Dekade haben zudem Machtplanet Pluto auf ihrer Seite und können nützliche und wirkungsvolle Verbindungen eingehen oder auf schon bestehende zurückgreifen, die sie voranbringen. Gelegenheiten, die sich hier bieten, solltet ihr ohne zu zögern ergreifen. Etwas heikel kann die Phase vom 13. bis 20. Juni sein, in die auch der Vollmond im Schützen am 14. Juni fällt. Diese Konstellation bildet Spannungen zur Jungfrausonne und anstehende Entscheidungen können euch nervös machen. Gleichzeitig besteht die Gefahr von beruflichen oder privaten Fehleinschätzungen. Es sind auch Konflikte mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern möglich, weil Vorhaben und Aufgaben nicht klar abgesprochen wurden. In dieser Zeit solltet ihr möglichst keine Zusagen machen, wenn ihr nicht ganz sicher seid, sie auch einhalten zu können. Und wenn ihr merkt, dass eine Verabredung nicht klappt, bitte rechtzeitig Bescheid sagen. Das Gute ist, dass ihr gleichzeitig auch Unterstützung findet. Zum Beispiel, weil Kollegen bereit sind, für euch einzuspringen, damit ihr Zeit für familiäres habt. Auch in euren festen Beziehungen kann es zwischen dem 13. und 20. Juni kriseln. Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass ihr euch nicht eng genug absprecht oder dass jeder seine eigenen Wege geht. Darunter könnte der Zusammenhalt leiden. Auch finanzielle Angelegenheiten führen möglicherweise zu privaten Spannungen. Dem könnt ihr aber entgegensteuern. Und zwar, indem ihr bewusst gemeinsam Pläne macht und euch Zeit zu zweit nehmt. Außerdem seid ihr sehr originell darin, gute Lösungen für mögliche Probleme zu finden. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Sie bildet dann für vier Wochen freundschaftliche und stärkende Aspekte zur Jungfrausonne. Das spricht dafür, dass euer soziales Leben weiterhin blüht und gedeiht. Am 23. Juni zieht die Venus weiter in die Zwillinge und belebt dann den Karrierebereich eures Horoskops. Für alle, die nicht im Urlaub sind, bringt das günstige berufliche Tendenzen. Ihr könnt mit euren Leistungen einen guten Eindruck machen. Wenn ihr euch einsetzt, lohnt sich das auch finanziell. Denn in der letzten Juniwoche habt ihr einen sehr guten Geldaspekt. Der kann euch Zusatzeinnahmen bringen, etwa durch berufliche Leistungen oder vielleicht eine Extraschicht. Ist aber auch privat günstig. So eignet sich die letzte Woche sehr gut, falls ihr mit eurem festen Partner eine wichtige gemeinsame Anschaffung tätigen wollt. Am 29. Juni ist Neumond im Krebs. Dabei treffen sich Sonnemondin und Lilith. Und dieser Neumond stärkt eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk und kann euch auch neue Begegnungen mit sehr interessanten Leuten bringen. Vor allem Frauen. Und die sind dann sehr bereichernd. Falls ihr eine gesellschaftliche oder politische Sache verfolgt oder euch engagiert oder vielleicht ein Ehrenamt verseht, könnt ihr diese Vorhaben mit der Energie des Neumondes stärken. Und nicht zuletzt ist es ein inspirierender Neumond für ein schönes Ritual. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vage-Geborenen und Vage-Ascendenten. Die zwillige Saison ist immer schön für euch. Da steigen viele Partys, ihr erhaltet Einladungen und das Leben fühlt sich leichter an. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp zu meiner aktuellen Rabattaktion. Es geht auf die Sonnenwende zu und dann ist die erste Jahreshälfte auch schon fast herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate und euer kommendes Geburtstagshoroskop für euch bereithalten, könnt ihr jetzt eure individuelle Jahresvorschau als PDF mit 30% Sonnenwendrabatt erhalten. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut in der Videobeschreibung. Der Neumond in den Zwillingen am 30. Mai steht super günstig für euch und macht Lust auf Urlaub und Reisen. Und weil am 3. Juni auch der Merkur wieder direktläufig ist, spricht nichts dagegen, euch auf den Weg zu machen. Für viele von euch ist auch in Beziehungsfragen eine Menge los. Ihr habt jetzt Mars und Jupiter bei euch im Partnerhaus und langweilig wird euch damit garantiert nicht. Für vage Frauen bzw. alle, die auf Männer stehen, kann das stürmische Verehrer anzeigen. Allerdings hat die Konstellation auch ihre kritischen Seiten. Dann wirbelt Kampfplanet Mars euer Sozialleben auf. An Begegnungen und Einladungen mangelt es nicht, aber ihr fühlt euch öfter provoziert und das durchaus zu Recht. Manche Menschen, die euch auf die Nerven gehen, sind aber in Wirklichkeit näher an euch interessiert. Es ist aber nicht gesagt, dass euch solche Beziehungen auch gut tun. Aber ihr könnt jetzt mehr darüber herausfinden, was ihr in Partnerschaften wirklich wollt und wo ihr Grenzen ziehen müsst. Lasst euch nicht unter Druck setzen und entscheidet ganz in Ruhe. In euren festen Beziehungen scheint es gerade öfter um Geld- und Wertvorstellungen zu gehen. Und gegebenenfalls müsst ihr ganz schnell eine Entscheidung treffen. Für manche von euch ergeben sich auch unerwartete Veränderungen in der Lebensführung, denen ihr euch gemeinsam mit dem Partner stellen müsst. Bei allen Verhandlungen und Gesprächen unterstützt euch ab dem 13. Juni Merkur, der dann in die Zwillinge läuft und bis zum 5. Juli günstige Aspekte für euch bildet. Eine intensive Zeit für euch wird die Monatsmitte mit dem Vollmond am 14. Juni im Schützen, der wie schon der Neumond eure Lust oder auch die Notwendigkeit zu reisen anzeigt. Manche Vagegeborenen sind zum Beispiel mit wichtigen beruflichen oder kreativen Projekten beschäftigt, durch die sie in der Welt herumkommen. Generell können bei euch beruflich trotz Sommerflaute und Urlaubszeit wichtige Entscheidungen anstehen, und zwar je mehr, je weiter der Monat voranschreitet. Besonders wenn ihr beruflich mit Rechtsfragen zu tun habt oder in einem Lehrberuf tätig seid, scheinen die Themen Fairness, Gleichstellung, Gerechtigkeit gegenüber Minderheiten und Ähnliches eine große Rolle zu spielen. Dabei könnt ihr durchaus zu Hochform auflaufen, denn im Zeichen Waage ist ja der Wunsch nach einem Gleichgewicht der Kräfte angelegt. Dabei kann es passieren, dass Menschen, die privat oder beruflich wichtig für euch sind, ihre eigenen Anliegen mit eurer Hilfe durchsetzen wollen oder versuchen, euch zu beeinflussen. Und ihr müsst dann halt schauen, dass ihr möglichst gerechte und ausgewogene Entscheidungen trefft. Da seid ihr gefordert, aber das könnte euch auch gefallen. Diese Themen sind den ganzen Monat überspürbar, verstärken sich aber nochmal mit der Sommersonnenwende am 21. Juni um 11.13 Uhr. Dann geht die Sonne in den Krebs und belebt für vier Wochen den Karrierebereich eures Horoskops. Dabei trifft sie sich auch mit Lilith zu einem für euch äußerst wichtigen Neumond am 29. Juni. Vorher gibt es aber noch eine erfreuliche Entwicklung, denn die Venus geht am 23. Juni in die Zwillinge. Das sorgt für heitere und unbeschwerte Zeiten in eurem Sozialleben. In den letzten zehn Tagen des Monats habt ihr außerdem tolle Finanzaspekte für eine lukrative Zusammenarbeit oder einen günstigen Abschluss mit Finanzpartnern. Das können neue sein, aber auch schon bestehende und auch private Partner. Am 29. ist dann wie gesagt der wichtige Neumond mit Lilith. Diese Konstellation kann euch in eurer Karriere oder Berufung helfen. Ihr könnt zum Beispiel in einem Ritual oder einer Meditation darum bitten, die richtigen, weisen Entscheidungen zu treffen, gerne mithilfe von Lilith als innerer Schamanin. Es wird sehr wichtig für euch, das zu tun, wohinter ihr voll und ganz stehen könnt. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Ich hoffe, ihr hattet trotz der Finsternisse und dem sehr intensiven Vollmond in eurem Zeichen einen schönen Mai. Der Juni kann ein sehr aktiver Monat für euch werden. Die Sterne schenken euch viel Energie im Bereich der Arbeit und des Alltags. Aber auch bei Partnerschaften und wichtigen Begegnungen ist einiges los. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp zu meiner aktuellen Rabattaktion. Es geht auf die Sonnenwende zu und dann ist die erste Jahreshälfte auch schon fast herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate und euer kommendes Geburtstagshoroskop für euch bereithalten, könnt ihr jetzt eure individuelle Jahresvorschau als PDF mit 30 Prozent Sonnenwendrabatt erhalten. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut unten in der Videobeschreibung. Der Mai war für euch Skorpiongeborene wahrscheinlich ziemlich wichtig und intensiv, weil sich der Vollmond zusammen mit der Mondfinsternis in eurem Zeichen abgespielt hat und ihr davon direkt betroffen wart. Da gibt es sicher noch einiges zu sortieren und drüber nachzudenken. Der Juni verspricht grundsätzlich mehr Leichtigkeit. Vor allem bringen die beiden Powerplaneten Mars und Jupiter gleich zu Beginn des neuen Monats viel Aktivität in euren Alltag. Das betrifft besonders euren Arbeitsbereich. Bestimmt habt ihr viel zu tun oder erhaltet zusätzliche Projekte. Ihr könntet vor Kraft regelrecht strotzen. Daher verspürt ihr wohl den Drang, mehr rauszugehen, Sport zu treiben oder in Wettbewerben eure Leistung zu messen. Der Juni eignet sich auch ideal dazu, die Planungen wieder aufzugreifen, die seit Anfang Mai ins Stocken geraten sind. Am 3. Juni geht nämlich Merkur wieder in den Vorwärtsgang. Dann könnt ihr Informationen erhalten, die euch noch gefehlt haben, um wichtige Vorhaben wieder voranzutreiben. Im Bereich der Partnerschaften kann es nun zu interessanten, ungewöhnlichen oder plötzlichen Begegnungen kommen, weil Liebesgöttin Venus und Überraschungsplanet Uranus am 12. Juni in eurem Beziehungshaus aufeinandertreffen. Den Singles unter euch empfehle ich, die Augen offen zu halten, denn Schicksalsanzeiger Mondknoten befindet sich ebenfalls in eurem Partnerhaus. Und das kann für wichtige Menschen stehen oder sogar Seelenpartner, die nun in euer Leben kommen wollen. Aber auch die Festliierten unter euch werden den gesamten Juni über von diesen prickelnden Liebessternen profitieren. Der Vollmond im Schützen am 14. Juni findet bei euch im Bereich der Werte und Finanzen statt. Falls ihr in finanzielle Angelegenheiten, materielle Verbindlichkeiten oder auch in Erbschaftsgeschichten verwickelt seid, kann hier jetzt ein Thema in den Fokus geraten und Unklarheiten können beleuchtet werden. Merkur ist nämlich ebenfalls in diesen Vollmond eingebunden und befindet sich ab Mitte Juni in seinem eigenen Herrschaftszeichen der Zwillinge. Das ist eine gute Zeit, Gespräche zu suchen, Verborgenes aufzudecken und die Karten offen auf den Tisch zu legen. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Sie aktiviert bei euch den Bereich der Horizonterweiterung und Reisen. Und dort findet am 29. Juni dann auch der Neumond im Krebs statt. Sonne, Mondin und Lilith treffen dabei aufeinander und stehen alle günstig zur Skorpionsonne. Gemeinsam aktivieren sie euer Fernweh und euren Wunsch, ein Abenteuer zu erleben, was euch vielleicht auch spirituell berührt. Es wäre auch ein toller Neumond, um einen besonderen Kraftort aufzusuchen. Und ihr könnt Pläne machen, in welchen wichtigen Bereichen ihr euch in Zukunft noch fortbilden wollt. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn die Neumond-Konstellation empfängt spannungsreiche Aspekte, die etwas mit eurer Arbeitsstelle zu tun haben können. Es kann sein, dass ihr aus irgendwelchen Gründen eine Kollegin vertreten müsst, die dann im Urlaub ist oder erkrankt ist. Oder dass euch selbst eine Urlaubsvertretung abspringt und ihr deshalb nicht so planen könnt, wie ihr das wolltet. Möglich ist aber auch, dass ihr im Job eine Chance erhaltet, die sich als sehr profitabel erweist und durch die ihr sogar neue Aufstiegschancen in der Karriere bekommt. Denn da spielt auch ein sehr lukrativer Finanzaspekt mit hinein. Dann würdet ihr wohl eure Ferien erstmal hinten anstellen. Wenn ihr euch also beruflich einsetzen wollt oder müsst, werden eure Mühen auf jeden Fall belohnt. Das waren eure Tendenzen im Juni und ihr könnt die Texte zu diesem Video auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Mars macht euch mobil und ihr könnt euch auf eine der heißesten und stärksten Phasen des Jahres freuen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Es geht ja auf die Sonnenwende zu und dann ist das erste halbe Jahr auch schon fast herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate und euer kommender Solargeburtstag für euch bereithalten, könnt ihr euch jetzt die individuelle Jahresvorschau als PDF mit 30% Sonnenwendrabatt holen. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im Juni habt ihr eine besonders vitale Phase mit viel Lebensfreude. Sportliche Aktivitäten stehen unter guten Sternen. Wenn ihr Kinder habt, solltet ihr etwas mit dem Nachwuchs unternehmen. Das macht euch richtig Spaß und lässt euch aufblühen, zum Beispiel in einem gemeinsamen Abenteuerurlaub. Euer soziales Leben läuft ebenfalls gut und die Zwillinge Sonne belebt euer Partnerhaus. Das spricht für viele Einladungen und gesellige Gelegenheiten. Wenn ihr noch Solo seid, könnt ihr erfolgreich flirten und eine heiße Affäre anfangen. Und da dauert es dann wohl auch nicht lange und man kommt sich erotisch näher. Für die Schützen in festen Beziehungen kann es im Juni aber auch heikle Momente geben, besonders wenn eure Beziehung schon einen Knacks hat. Euch ist danach zumute, Spaß zu haben und euren kreativen oder auch sportlichen Neigungen nachzugehen. Aber Partner oder Partnerin haben vielleicht andere Bedürfnisse. Und wenn der Eindruck entsteht, ihr würdet fremdflirten, kann es zu temperamentvollen Auseinandersetzungen kommen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, euch leidenschaftlich wieder zu versöhnen, aber das muss dann auch wirklich authentisch sein und von Herzen kommen. Das ist sehr wichtig, denn der nächste Neumond wird diesen Bereich aktivieren. Aber dazu komme ich gleich noch. Eure beruflichen Tendenzen hängen ein bisschen davon ab, was ihr für Verpflichtungen habt. Von der Lust her würdet ihr wohl lieber einen ausgedehnten Urlaub machen, aber es können ganz plötzlich interessante und auch lukrative Aufträge hereinkommen. Auch eine Änderung am Arbeitsplatz kann eure Aufmerksamkeit beanspruchen und nicht zuletzt auch ein Flirt mit einer Kollegin. Wenn ihr im Juni keinen Urlaub habt, dürfte es euch gelingen, in eurer Arbeit das Beste aus unerwarteten Entwicklungen zu machen und auch finanziell erfolgreich zu sein. Am 13. Juni geht Merkur im Vorwärtsgang wieder in die Zwillinge und bis zum 5. Juli durch euer Partnerhaus. Das ist sehr schön, um Freunde zu treffen und für alle Arten von Gesprächen, auch beruflich. Am 14. Juni ist Vollmond im Schützen. Der aktiviert eure Beziehungsangelegenheiten und kann ordentlich Emotionen aufwirbeln. Gleichzeitig macht euch aber Saturn seriös, sodass ihr nicht leichtfertig mit den Gefühlen anderer spielt. Das kommt gut an. Diejenigen von euch, die unter dem Einfluss von Neptun stehen, das betrifft jetzt vor allem die dritte Dekade der Schützengeborenen, die sollten rund um diesen Vollmond und noch bis zum 20. Juni aufpassen, dass sie keine unklaren Signale senden, um romantische Enttäuschungen oder Missverständnisse zu vermeiden. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und dann geht die Sonne in den Krebs. Sie aktiviert und belebt dann für vier Wochen den Bereich eurer festen und verbindlichen Beziehungen. Sehr erfreulich ist, dass am 23. Juni die Venus in die Zwillinge geht und damit in euer Partnerhaus. Sie trifft sich dort mit Merkur und das ist ganz toll für Geselligkeit, Einladungen oder auch einen netten Urlaub mit netten Leuten. Die Singles unter euch sind ja ohnehin recht flirtfreudig im Juni und die Venus schenkt ihnen zusätzlich vielversprechende Begegnungen und das noch bis zum 10. Juli. In den letzten zehn Tagen des Monats habt ihr eine gute Finanzphase. Ihr spekuliert dann erfolgreich, könnt gute Schnäppchen machen und auch eure Chancen auf Lottoglück sind erhöht. Am 29. Juni ist Neumond im Krebs und dabei treffen sich Sonne, Mondin und Lilith. Das ist ein wichtiger Neumond, um über eure bestehenden Beziehungen und auch Verpflichtungen nachzudenken. Dabei geht es häufig um Fragen der Fairness und Gerechtigkeit, etwa ob jeder einen fairen Anteil an den gemeinsamen Verpflichtungen trägt oder ob ihr wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe habt. Darüber solltet ihr zu diesem Neumond meditieren, gerne auch gemeinsam mit Partner und Partnerin. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es als PDF für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Freut euch auf eine schöne und harmonische Liebesphase. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Es geht auf die Sonnenwende zu und dann ist das erste Halbjahr auch schon fast herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate für euch bereithalten, dann könnt ihr euch jetzt die individuelle Jahresvorschau als PDF mit 30% Sonnenwend-Rabatt holen. Mehr Infos gibt es hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Bis zum 22. Juni habt ihr eine schöne und romantische Phase. Venus weckt die Lust auf Genuss und Sinnlichkeit und der solltet ihr auch nachgehen. Besonders gerne mit Liebespartnern und Partnerinnen. Es ist auch eine schöne Zeit für gemeinsame Unternehmungen mit euren Kindern. Wenn es was zu feiern gibt, tut das ausgiebig. Für Singles kann es besonders in den Tagen vom 10. bis zum 17. Juni heiß hergehen. Da kann nämlich der Liebesblitz einschlagen. Und dann solltet ihr nicht gleich den Glauben verlieren, wenn es bis zum nächsten Treffen noch ein bisschen dauert. Aber ein verliebter Steinbock bleibt meistens am Ball. Beruflich habt ihr eine Menge zu tun, wenn nicht gerade Urlaubspläne anstehen. Und mit der Arbeit dürfte es dann auch ab dem 3. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig ist, gut vorangehen. Wo noch Informationen fehlten oder technisches Gerät versagt hat, sollte das nun alles wieder in Ordnung kommen. Einige Steinbock-Geborene haben auch eine wichtige Familienverantwortung zu schultern. Vielleicht ist ein Familienmitglied erkrankt oder es ist aus einem anderen Grund wichtig, dass ihr euch kümmert. Und dem müsst ihr eventuell sogar eure eigenen Pläne unterordnen. Nehmt euch in der ersten Juni-Woche nicht zu viel auf einmal vor. Also zum Beispiel eine Renovierung und gleichzeitig auch noch ein Familienfest. Das gibt Chaos. Besser ist es, wenn ihr euch mit euren Lieben oder auch Mitbewohnern gut absprecht, wer welche Aufgaben übernehmen kann. Es kann nämlich sein, dass die Projekte größer werden und mehr Aufwand in Anspruch nehmen als gedacht. Wenn ihr in der ersten Dekade geboren seid, habt ihr jetzt Lilith frontal zur Sonne. Und das bedeutet, dass ihr durch Begegnungen und Liebespartnerschaften mit Fragen der Gerechtigkeit und Fairness konfrontiert werdet. Durchaus möglich, dass ihr hitziger als sonst argumentiert und euch für eine eurer Meinung nach gerechte Sache einsetzt, dafür aber viel Gegenwind kassiert oder einfach missverstanden werdet. Mit Charme und Zugewandtheit lassen sich die meisten Unstimmigkeiten aber klären und dabei hilft euch die Venus ganz wunderbar. Am 14. Juni ist Vollmond im Schützen und der aktiviert bei euch die Heilerachse. Das kann euch sowohl spirituell inspirieren als auch den Fokus auf Gesundheitsthemen lenken. Dabei spielen auch finanzielle Erwägungen eine Rolle. Vielleicht tragt ihr euch mit dem Gedanken, eine neue Therapie zu beginnen, die ihr aus eigener Tasche bezahlen müsstet. Und das kann sich tatsächlich lohnen. Unterstützung bekommt ihr dafür möglicherweise aus dem Familienkreis. Fragt doch gegebenenfalls mal, wer euch da helfen kann. Schließlich setzt ihr euch ja auch unentwegt für die Familie ein. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs und damit in euer Partnerhaus, wo auch Lilith steht. Das lenkt den Fokus erneut auf die schon erwähnten Themen rund um Fairness und Gerechtigkeit in Partnerschaften und Familie. Am 23. Juni zieht die Venus weiter in die Zwillinge und bringt positive Impulse für gesundheitliche Themen, ebenso wie für euren Arbeitsalltag. Ihr habt dann einen guten Austausch mit freundlichen Kolleginnen oder Heilerinnen. Und bis zum Monatsende entsteht ein hilfreicher Finanzaspekt, sodass ich vermute, ihr erhaltet für eine eventuelle Therapie oder kurmäßige Anwendung finanzielle Unterstützung seitens der Familie. Am 29. Juni ist ein ganz wichtiger Neumond bei euch im Partnerhaus. Da treffen sich Sonne, Mondin und Lilith im Krebs. Die Konstellation kann euch eine heiße neue Liebe bescheren, die euer Leben auf den Kopf stellt. Und auch bestehende Partnerschaften seht ihr nun vielleicht in einem neuen Licht. Lilith kann euch durchaus herausfordern und hinterfragen. Wenn ihr davon ausgeht, dass Partner sich eurem Lebensrhythmus anpassen müssen, kann es darum Konflikte geben. Aber ihr könnt euch in Begegnungen auch selbst besser kennenlernen und Gefühle wahrnehmen, die ihr vorher immer unterdrückt hattet. Die Neumond-Meditation eignet sich sehr gut, um wichtige Erkenntnisse über Partnerschaftsthemen zu erhalten. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Alle Texte zu diesem Video gibt es als PDF für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Der Juni schenkt euch viele neue Ideen und Informationen für euer Selbstmarketing, die euch jetzt weiterbringen. Außerdem ergeben sich so einige heiße Flirts und prickelnde Liebesgeschichten, wenn ihr mögt. Das schauen wir uns gleich etwas genauer an. Vorher habe ich noch einen Tipp zu meiner aktuellen Rabattaktion. Es geht ja jetzt auf die Sommersonnenwende zu und dann ist die erste Jahreshälfte schon fast herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die nächsten zwölf Monate und euer kommendes Geburtstagshoroskop für euch bereithalten, dann könnt ihr jetzt eure individuelle Jahresvorschau als PDF mit 30% Sonnenwendrabatt erhalten. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut in der Videobeschreibung. Der Monat startet für euch kraftvoll, denn Mars und Jupiter aktivieren den Bereich der Kommunikation, Information und Begegnung, aber auch euer Selbstmarketing. Wenn ihr also gerade an einer medialen Karriere arbeitet oder euch im Umfeld besser vermarkten wollt, bekommt ihr nun günstige Gelegenheiten, an eurem Profil und der Kommunikation zu feilen. Man wird euch nicht übersehen. Das könnte sogar auf so große Resonanz stoßen, dass ihr mit Feedback und Nachrichten überflutet werdet. Unterstützend kommt am 3. Juni auch Botschafter Merkur zur Hilfe, der nach längerer Rückläufigkeit im Mai nun endlich wieder in den Vorwärtsgang geht. Das wird euch helfen, die vielen Anfragen zu ordnen und der Reihe nach abzuarbeiten. Bis Mitte Juni läuft Merkur durch euren privaten Familienbereich. Das trägt dazu bei, dass euch nun auch Informationen zugespielt werden, die vielleicht zu Hause gefehlt haben, um Missverständnisse oder Kommunikationsprobleme aus dem Weg zu räumen. Hier könnt ihr dann mit deutlich mehr Klarheit und Unterstützung von Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten rechnen. Dennoch stehen auch plötzliche Richtungswechsel auf dem Programm. Und zwar, wenn Unruhestifter Uranus und Venus am 12. Juni aufeinandertreffen. Da kommt dann ganz schön Leben in die Bude. Das kann was Lustiges sein, wie ein unerwarteter, netter Besuch. Vielleicht ergeben sich aber auch neue Informationen und eine veränderte Sachlage. Und ihr müsst dann wieder improvisieren, weil zum Beispiel Handwerkertermine verschoben werden oder Familienmitglieder jetzt mehr Aufmerksamkeit benötigen. Diese Störungen können euch nervös machen, aber dank der Unterstützung von Sonne und Merkur findet ihr bestimmt den richtigen Ansatz, um Probleme zu meistern. Am 14. Juni aktiviert der Vollmond im Schützen eure Achse der Kreativität, Talente und gesellschaftlichen Stellung und schenkt euch schöne Aspekte zum Flirten, Genießen, Spaß haben und Freundschaften knüpfen. Gleichzeitig bringt Neptun eine Spannung aus dem Bereich des Geldes und der Werte mit hinein. Vielleicht habt ihr das Bedürfnis, euch selbstlos einzubringen und zu helfen. Allerdings solltet ihr darauf Acht geben, wo eventuelle Spendengelder landen oder wofür sie wirklich verwendet werden. Und ihr solltet euch auch selbst nicht ausnutzen lassen. Die Sommersonnenwende am 21. Juni findet bei euch im Bereich der Arbeit und des Alltags statt und wirft einen unterstützenden Aspekt auf Saturn. Der läuft zwar jetzt im Rückwärtsgang durch euer Zeichen, dafür schenkt er euch das nötige Durchhaltevermögen und Disziplin, zum Beispiel wenn ihr andere Kollegen im Urlaub vertreten müsst. Am 23. Juni wandert die Venus in die Zwillinge, wo auch Merkur steht. Und beide bescheren euch aussichtsreiche Flirtchancen in der Liebe. In der letzten Juniwoche bildet Jupiter einen vielversprechenden Aspekt zu Venus, der erotische Stunden verspricht und euch regelrecht eroberungslustig machen kann. Für die Singles unter euch kann das eine aufregende Zeit werden. Prüft aber am besten vorher, ob euer Objekt der Begierde auch wirklich frei ist, um Frust und Enttäuschungen zu vermeiden. Am 29. Juni ist Neumond im Krebs, in direkter Verbindung zu Lilith. Das könnte auf ein Thema mit Frauenfiguren in eurem Alltag hinweisen, bei dem es um Gerechtigkeit und Fairness geht. Gut möglich, dass man euch um Rat und Hilfe bittet. Dann solltet ihr überprüfen, ob ihr wirklich die richtigen Informationen erhaltet. Vielleicht geht es auch um euer eigenes Standing im Job, um euren Arbeitsstil oder ob ihr gerecht behandelt werdet. Das kann auch eure Gesundheit beeinflussen. Nehmt euch Zeit, in der Neumond-Meditation über solche Dinge nachzudenken, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das waren eure Tendenzen im Juni und ihr könnt die Texte zu diesem Video auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fischer-Ascendenten. Euer soziales Leben blüht im Juni. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Es geht ja jetzt auf die Sommersonnenwende zu und dann ist das erste halbe Jahr auch schon bald herum. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was die kommenden zwölf Monate für euch bereithalten, dann erhaltet ihr jetzt die individuelle Jahresvorschau mit 30% Sonnenwendrabatt als PDF. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Freut euch auf eine harmonische und gleichzeitig angeregte Zeit im Juni, dank schöner Venus-Aspekte. Interessante Menschen können euren Weg kreuzen. Wenn ihr euch lokal engagiert, zum Beispiel in der Nachbarschaft oder im Zusammenhang mit den schulischen Aktivitäten eurer Kinder, ergeben sich sehr nette Begegnungen. Für Singles ist das auch eine flirtintensive Phase. Achtet nur darauf, dass ihr neue Kontakte bei Interesse auch weiterverfolgt, sonst verflüchtigen sie sich schnell. Fest liierte profitieren ebenfalls von den prickelnden Aspekten, denn sie helfen, mit euren Lieben über alles zu reden und regen euch auch an, in der Liebe mal was Interessantes Neues auszuprobieren. Dieser schöne Einfluss hält an bis zum 22. Juni. Auch beruflich wirken sich die Konstellationen sehr günstig aus, vor allem wenn ihr mit Sprache und Texten arbeitet, zum Beispiel als Blogger oder in den sozialen Medien oder auch wenn ihr in Beratung und Verkauf tätig seid und dabei mit Leuten zu tun habt. Ihr seid sehr originell und habt tolle Ideen, was man machen kann, um das Selbstmarketing zu verbessern. Außerdem ahnt ihr die Wünsche und Bedürfnisse eurer Kunden schon, bevor diese sie überhaupt aussprechen. Möglich auch, dass sich spontan spannende neue Projekte ergeben oder ihr im beruflichen Zusammenhang interessante Leute kennenlernt, die euch stark inspirieren. Bei all dem ist wichtig, dass ihr selbst die Initiative ergreift und euch ein bisschen anstrengt und in eure Projekte hineinhängt. Tipp der Sterne, nutzt doch das Wochenende vom 11. und 12. Juni für private Vergnügen oder nehmt euch Zeit für die Liebe und Soziales, ganz unabhängig von beruflichen oder praktischen Erwägungen. Finanziell ist der Monat ebenfalls interessant. Mars und Jupiter im Geldhaus versprechen Zuwächse und außerdem könnt ihr euch gut durchsetzen, um zu erhalten, was euch zusteht. Andererseits habt ihr vielleicht innere Konflikte mit finanzethischen Fragen. Ihr möchtet nicht, dass durch euren Erfolg andere oder auch die Umwelt benachteiligt werden. Und ihr möchtet auch nicht Geld mit etwas verdienen, hinter dem ihr nicht steht. Wie ihr damit letztlich umgeht, das könnt ihr nur mit euch selbst und eurem Gewissen abmachen. Am 14. Juni haben wir Vollmond im Schützen. Der aktiviert eure beruflichen Ziele oder auch Fragen rund um eure persönliche Berufung. Gut möglich, dass eure Fantasie geweckt ist und ihr euch Träumen hingebt, was ihr noch alles erreichen möchtet. In dem Fall hilft euch Saturn dabei, solche Träume durchaus realistisch einzuschätzen. Und gleichzeitig kann euch aufgehen, wie wichtig eine gute private Basis ist, um erfolgreich sein zu können. Wobei es im Job weiterhin gut laufen dürfte. Gerade in den Tagen rund um den Vollmond erlebt ihr gute Teamarbeit und greift euch vielleicht auch gegenseitig unter die Arme, wenn jemand ausfällt oder Hilfe braucht. Am 21. Juni um 11.13 Uhr ist Sommersonnenwende, gleichzeitig geht die Sonne in den Krebs. Sie stärkt dann für vier Wochen eure Kreativität und Lebensfreude. Dabei aktiviert sie auch Lilith und in den kommenden Wochen wird es wichtig, euch selbst zu verwirklichen und nicht immer nur für andere da zu sein. Am 23. Juni geht die Venus in die Zwillinge und belebt euer Privatleben. Vielleicht bekommt ihr Lust, euer Heim zu verschönern oder erhaltet netten Besuch. Ihr habt dann auch einen glücklichen Finanzaspekt. Vermutlich klärt sich dann ein Finanzproblem von ganz allein und dabei kann ein Familienmitglied eine Rolle spielen. Am 29. Juni ist Neumond im Krebs. Dabei treffen sich Sonne, Mondin und Lilith und wirken sehr inspirierend. In diesem Neumond geht es darum, was ihr braucht, um eure schöpferischen Kräfte und Potenziale besser zu entfalten und wie ihr eure Herzenswünsche erfüllen könnt. Das kann auch heißen, dass ihr euch gegenüber den Wünschen und Vorstellungen anderer mehr abgrenzen müsst. Auch die Frage nach der richtigen finanziellen Ethik kann euch dann nochmal beschäftigen. Über all diese Themen könnt ihr in der Neumond-Meditation nachdenken. Das waren eure Tendenzen im Juni und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen zum Serviceteil mit meinen Terminen, Tipps und mit der Verlosung. Meine schriftlichen Horoskope und Beratungen findet ihr auf meiner Homepage. In diesen Horoskopen erfahrt ihr, welche kosmischen Einflüsse nicht nur auf euer Sternzeichen, sondern auch auf die anderen Planeten eures Horoskops wirken. Eine tägliche astrologische Begleitung gebe ich euch außerdem auf Instagram. Da gibt es jeden Tag tolle Bilder und Posts zur kosmischen Tagesenergie. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dort auch unter Antonias Sterne folgen würdet. Der nächste Livestream ist geplant für den 10. Juni. Dann werfen wir einen Blick auf die schicksalhafte Liebeskonstellation mit Venus, Uranus, Mondknoten und den Vollmond am 14. Juni. Und postet mir doch gerne hier auf YouTube oder Insta Fragen und Anregungen, welche Themen ihr euch außerdem wünscht. Es gibt auch wieder ein Gewinnspiel im Livestream. Bitte meldet euch dafür vorher auf meiner Homepage an. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Und wir kommen zur monatlichen Verlosung. Diesmal gibt es ein schriftliches Partnerhoroskop als PDF zu gewinnen, denn die momentanen Konstellationen stiften viele neue Beziehungen und lassen auch bestehende Partnerschaften in einem neuen Licht erscheinen. Wie ihr mit eurem Liebsten zusammenpasst, das verrät euch das Partnerhoroskop. Und so nehmt ihr teil. Abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und postet mir hier, was ihr mit den Sternen so erlebt und ob meine Monatshoroskope euch dabei helfen. Und gebt mir auch bitte euer Sternzeichen oder Aszendenten an, dann kann ich noch was davon lernen. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den Juli bekannt. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch meinen letzten Livestream zur Mondfinsternis mit dem aktuellen Mondzyklus. Außerdem das Video Die Wahrheit über Jupiter mit Christoph Niederwiese und meinen Talk mit Ray Merriman mit deutschen Untertiteln. Alles Gute mit den Sternen!